So, unsere schöne Koppel ist fast fertig. Gar nicht so einfach mit dem unebenen Boden, es ist abfallend. Soll ja alles einigermaßen gerade sein. Ich laufe jetzt mal hier lang. 30 Pfosten. 45 Latten haben wir. 7 Latten fehlen noch, weil wir hier eine Ecke noch eingebaut haben. Soll eventuell noch ein Tor werden. Mal gucken. Dann geht es weiter. So, dann haben wir uns nicht mehr so viele Latten gehabt. Da haben wir uns dann so beholfen. Aber ich denke, das wird sie abhalten. Im Moment laufen sie frei und interessieren sich hier gar nicht viel hier oben. Sind da ganz unten. Ja, jetzt erstmal ein Schluck Wasser und Bein hoch.